Der Tornado-Wirbel, äh, der, die Holzhuse. Kann ja mal passieren, hat als Funke nicht so richtig aufgepasst, was es denn in Artikel schon gab. Malte, du verzeihst, eh, diese kleine Seitenhiebe, der musste jetzt sein. Nein, ist klar, es ist normal. Ui, also Steighöhe ist schon wirklich immens, richtig gut. Ja. 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 Ja.